Es ist einer der dramatischsten vermissten Fälle in der niederösterreichischen Polizeigeschichte. 2006 gilt die damals 16-jährige Schülerin aus Pulkau im Weimdviertel als vermisst. Nachdem die umfangreiche Suchaktion erfolglos bleibt, stellen die Ermittler die Fahndung ein. 2011 wird schließlich die verbrannte Leiche im nahen Dietmannsdorf in einem Erdkeller auf dem Hof eines Videothekbesitzers, bei dem sich die Pulkauer Jugend öfters getroffen hat, gefunden. Die Todesursache kann aufgrund des verkohlten Leichnams und der Vermummung nicht mehr festgestellt werden. 2013 wird der damals 51-Jährige wegen Mordes vom Landesgericht Chorneuburg zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt. Der damalige Verteidiger Farid Rifat geht in Berufung und somit kann das Urteil auf 20 Jahre herabgesetzt werden. Diese Strafe verbüßt der Verurteilte Michael K. seitdem in der Justizanstalt Stein. Ein Gutachten soll nun den ersten Verdacht des Verteidigers beweisen, dass Julia Kürer sehr wohl an einer Speed-Überdosis gestorben ist. Außerdem gibt es eine neue Zeugin, die eine weitere Wende bringen kann. Diese will gehört haben, dass Küners Ex-Freund nach dem Verschwinden der Schülerin gesagt hat, dass so etwas wie mit Julia nicht noch einmal passieren dürfe. In der Frage einer Verfahrenswiederaufnahme hat das Landesgericht Chorneuburg einen weiteren Termin festgesetzt. Laut Medienberichten findet am 24. Jänner 2018 eine nicht öffentliche Verhandlung statt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017